Ich verstehe überhaupt nicht, wieso du, der du erst fünf Jahre im Fernsehen bist, neun Jahre im Fernsehen bist, wieso du überhaupt Helmut Kohl parodieren kannst. Das kann ich einfach so. Hör zu ab. Ich liebe das. Das hätte ich nicht mehr machen sollen. Machen Sie da Filmaufnahmen da mit der Kamera. Hör zu ab, da sind Sie von Spiegel TV. Ich wollte ja immer, Helmut Kohl singt Rap-Songs halt machen. Ja, mach das mal. I don't know what you heard about me. But the beach can get the dollar out of me. Aber das kommt irgendwie nicht gut an, glaube ich. Doch, natürlich. Aber ich frage mich immer, wieso kannst du Helmut Kohl machen? Ich kann auch Gerd Schröder nachmachen. Ja gut, das ist der große Unterschied. Wenn Werner Nuffer mit Münte und Lafo die alte Truppe zusammentrommelt und Weiber klar macht. Das ist einfach, da hatten wir noch so charismatische Stimmen. Ja, natürlich. Die haben wir jetzt nicht mehr.